Wir Menschen, wir haben gut gelebt in den letzten 50 Jahren, dank Ohl und Kohle im Überfluss. Aber nun verändert sich das Klima schneller, als die Natur und die Evolution folgen können. Und angesichts des nach wie vor überwältigenden Anteils von fossilen Quellen an der ganzen weltweiten Energieerzeugung, möchte man schier verzweifeln. Dieser Gegenstand da hinter uns, das ist ein sanfter Riese, ein starker Freund und es ist ein Klimaheld. Es ist kein maroder alter Schrottreaktor, sondern er gehört zu den besten und den sichersten der Welt.